So Leute, der Ending ist schon mitten im Geschehen. Ich bin der Fanggeamer. Er war früher da. Ich bin noch 0,2 Meter weg. Wo gehen wir jetzt mit Instagram? Wahrscheinlich hier schon alles aufbremst. Ich hoffe, wenn ich hängen bleibe. Ah, ich bin jetzt übrigens schon Stufe 15 aufgestiegen. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, aber warm. Okay. Oh. 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 Ich habe das Schattel. Ich muss weitergehen. Warnung, Feindkraftler in sich. Was? Super. Oh. Oh, ich bin safe. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Was ist alles untergeht. Nein, was hat denn das? Okay, fertig. Ich habe das mit dabei. Ich habe das mit dabei. Okay, auf einmal. Ich bin so auf. Es ist im Schatten, hier. Ich bringe die Vorräte sicher ins Safehouse. Belobigung freigeschalten. Ach, ich muss das unbedingt ändern, dass er zuvor ist. Oh! Ich ruhe leid, dass er mich flankiert hat. Yeah! Kopfschuss mal 2. 52 IP. Ja, siehst du, ich hab da 120 bekommen jetzt zum Beispiel. Handgeber. Nein, ich wollte nur sagen, dass... Scherz. Das ist der besser ausgerüstet. Gott, ich geh dabei zum nächsten. Zum Greenen. Ich seh leider nicht, dass wo meine Punkte stehen. Darum kann ich das jetzt nicht zeigen, wie viele Punkte auseinander sind. z.B. Oh, hier irgendwo musst du doch kommst du schon ja ich bin da nur mit einem gefecht aber es ist super ich habe 1000 120 kugeln das ist gleich ausprobiert genau wieder 30 abgestaubt da ist noch weiß absuchen wo du in die trich aus woher müssen die schlüssel sein jetzt habe ich das weg drückt eine gruppe der cleaners na gut wir sind die cleaners wir cleanern die straßen von den cleanern so schaut es aus das stimmt die cleaner cleaner das falsche richtung was 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 mich die verstehe das nicht aber das werden die Jep. Jep. das sagt man gar nicht was ich habe eine anzeige hinter uns auch stimmt ich hoffe da kommt keiner runter denn da wisch ich nicht ich schick dir mal eine granate hin ich habe auch ein gasbetriebenen röster du liebst doch französische röstung wie zum treffer als du egal ich bin gleich da oder das ist tot einfach okay nein ich habe einen kopfschuss okay ich habe jetzt nicht mit glücklich rein drüten das ist ein koffer muss man dann schauen was man dann anfertigen kann wenn man nämlich viele blaupausen da kriegt bei den müssen aber das glaube ich mache ich dann wenn wir die hälfte da auf die meisten verschlimmern halt die sachen nein ich habe zwei drei gehabt aber ich habe die teile nicht gehabt warte ich schmeiße keine arte rein aber am besten gleich auf erben oder gleichzeitig ok 3 2 1 los ich habe ihn erwischt hinten schön oh der ist hinter uns ich habe wusste er kommt hinter uns hinter uns ich habe das gespürt dass er hinter uns kommt das wird So. Hinter uns und unter uns. Warte, ich schicke. Warte, ich schicke. Da rechts ist gleich einer. Ich schicke was vor. Oder rüber. Man sieht das nicht so gut. Nein. Oh. Genau rechts von uns. Erster, letzter. Oh shit. So. So, jetzt müssen wir noch Mission wählen. Wieder. Agent, wir haben eine wortwörtliche Manifestation negativer Energien aufgespürt. Die Antennen haben eine Fehlfunktion. Sie wurden wohl... Ah, schon wieder abgedrückt. Nicht traurig. Gleichgerecht erfordert Einsicht. Und vielleicht etwas Hilfe auf physischem... Wir dauernd schauen, ob ich nachklaren habe und dann drücke ich die Meldung ab. Naja, Satellitenverbindung halt wieder. Mhm, haben wir auch gedacht. Niemand will hier ärgern. Und wir sind ja im Sack. Genau. Ja. Ist das nicht da oben? Oh. Also, mal ging es schnell. Da sind die Gegner. Ah. Wenn wir jetzt... Wenn ich jetzt nicht weg entleert, hätte ich es zuerst... ...ausgeschalten und dann aktiviert. Oh, scharfer, ganz gut, am anderen Dach. Ah, stimmt. Den du, nur mich halt. Ah, schön, Hummelbatter. Hast du ihn? Oh, ist er sicher? Ich habe extra nicht lange geschaut, aber ich dachte, du hast ihn ganz sicher. Oh, Mist. Gegner? Jep. Fassig. 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 Doppelte Feuerkraft. Oh. Rechts. Noch einer? Ich dachte das waren schon alle. Ich glaube das war's. Kannst machen. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr es immer im rechten Moment einsetzt. Ende der Durchsage, Agent. Jetzt haben wir vier Missionen gemacht eigentlich, gell? Ja. Ja, ich geh jetzt nur zur Basis, hol mir den einen noch. Ja, dann ist das Gebiet auch wieder fertig. Oder willst du noch... Ah ja. Was? Der Nehmeinsatz. Ach so, Belohnung ist das nur abholen, gell? Der bei der Basis, ja. Ja. Wer geht sich noch raus in der Folge? Ja. Gut. Blaupause Handschuhe. Dann zeigen wir euch die Karte noch ganz schnell. Aber ich zumindest nicht. Denn es fehlt jetzt eigentlich nur mehr dieses Gebiet und dieses Gebiet. Da müssen wir dann hingehen. Genau, da ist noch was. Hell's Kitchen fehlt noch. Und Clinton. Da waren wir noch nicht einmal. Noch unerforscht. Clinton, ja. 14 bis 15 Stufe, also. Und wo ist der Haupteinsatz? Da? In Clinton. In Clinton. Dann nehmen wir uns dann zum Schluss auf. Beste Kunden zum Schluss. Genau. Wir müssen diesen ganzen Wohnblock säubern. Bitte! Nicht! So, wo ist denn das jetzt zum Abholen? Ich bin ich! Na gut. Wenden wir die Folge. Ja. Warte. Ich kämpfe danach, dass ich in den Nehmer einsetze. Wen kann? Alter, wo ist das? Der Händler da hinten? Achso, nicht der Händler. Ahhhh! So! Jetzt beenden wir die Folge. Na gut. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Baba.